so weiter geht's weiter geht's jetzt haben wir den ferrari f50 in einer sonderlackierung in weiß wobei ich mir jetzt gerade nicht so sicher bin ob das original weiß ist oder ob einer den umgespritzt hat weil hier und da tauchen so ein paar ja der ist umlackiert der ist umlackiert der ist leider nicht original weiß aber er kann jetzt hier auf den schrott weil was war das hier windschutzscheibe war defekt hier war ein lachsschaden aber ursprünglich war rot schade eigentlich da war in weiß sieht er echt gut aus schickes ding tja aber leider dem tote gewalt ach nein der hat einer versucht mit dem roten edding da nachzumalen ach seht ihr das das rosa ne oh man komm wir geben die mir jetzt mal den kurzenstoß da f50 was ich persönlich hervorragend fand von burago erstmal bevor wir jetzt anfangen zu zu legen die positiven dinge er hat gurte in den fußmatten sind kleine ferrari embleme drin das jetzt zeige ich euch gleich wie ich ihn zerlege man kann alles öffnen so er hat ein hauben aufsteller der sogar funktioniert also bravo hat hier wirklich wirklich gute qualität abgeliefert der motor schön ausgearbeitet das ist ein ganzer block und gut das einzige was vorrago oft verkackt hat sind ja natürlich die felgen weil die hier so ein loch reingemacht haben für den pin und da ist das ferrari emblem dann weg das ist wirklich blöd oder dass die türfalzen und alles nicht auslackiert sind normalerweise sind die hier drin auch nicht auslackiert ja das haben sie wirklich nicht so toll gemacht ohne natürlich massenprodukt ganz einfach aber man muss aber auch ehrlich zugeben für für das wenig geld was er kostet er kostet im stück je nach da war nicht jetzt der weiße aber sondern 50 kostet im stück zwischen fünf bis 20 euro die neu es gibt es auch inzwischen eine neue auflage die ist um die 50 euro qualitativ ein bisschen besser besser auslackiert und hier und da aber im grunde immer noch das gleiche modell inzwischen ist ja burago chinesisch nicht mehr italienisch auch nicht mehr designt in italien gar nichts mehr italien ist durch was ich hervorragend fand was leider burago aber nicht weiter geführt hat ist diese informationstabelle die hier unten drunter steht zum beispiel steht hier 325 kmh und 0 auf 100 in 3,8 sekunden 1230 kilo schwer 520 ps 12 zylinder 4,7 liter warum die das nicht mehr weiter geführt haben ist für mich absolut schleierhaft weil das war hervorragende idee von burago das heißt man so ruhig unter jedem burago knallen können und das wäre einfach nur perfekt gewesen und burago wäre wahrscheinlich heute immer noch in italien aber so ist es gut angefangen leider wahrscheinlich aus kostengründen wieder abgesägt und ja leider 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 so oder das original weiß das was ich als ganzes was ein ganz einfacher grund die meisten leute wollen den als ganzes haben aber man muss dann nur noch 123 schrauben lösen vier schrauben lösen und dann man kann das komplette ding austauschen das ist für mich angenehmer das gute aber auch ist man kann den ganz leicht vom carrier zum coupé umbauen man muss dann halt den überroll bügel hier den hier gegen das hardtop austauschen und fertig passt habe ich selber schon paar mal gemacht da ist die kaputte windschutzscheibe also so so gleich haben wir es geschafft der ist original weiß deswegen wird die rohkoros auch wahrscheinlich auch weiter leben bei mir da wird es wahrscheinlich irgendjemanden geben die wieder aufbauen möchte wobei da kann sich gerne melden und die rohkoros retten aber gucke so fertig erledigt hat er überhaupt lackchen ist ein bisschen unsauber lackiert aber sonst ja mein fazit ihr kriegt für wenig geld ein hervorragendes modellauto das eigentlich im prinzip keine wunsche wünsche offen ist gut man hätte sich vielleicht ein teppich gewünscht aber das ist ja pille palle aber sonst ist das echt ein hervorragendes modell was burago hier abgeliefert hat man kann wirklich rein gar nichts negatives sagen doch ja gut das mit der felge das aber ansonsten wirklich ein hervorragendes modell für kleines geld zum verschenken ohne ohne sorgen zu haben dass etwas blödes verschenkt man gibt hier echt was gutes weiter also ich kann hier wirklich nichts negatives preis leistungs verhältnis ist ein traum ein traum im schnitt kostet das ding zehn euro zehn 15 euro bei mir im shop gibt es rote die kosten glaube irgendwie gesagt zehn oder 15 euro weiß ich jetzt nicht aus dem kopf auf jeden fall nicht teuer und die kriegt wirklich ein top modell für wenig geld und das ist doch das was wir alle wollen wenig ausgeben viel bekommen weil wir alle so dankeschön fürs zugucken schreibt den kommentaren für die das modell empfandet und ja ich hau mal rein bis nächstes mal